Herzlich willkommen zur Casino-Schule von Casinoverdiener. In diesem Film erkläre ich dir die Grundregeln von Blackjack. Um zu gewinnen, musst du mit zwei oder mehr Karten eine höhere Punktzahl als der Dealer erreichen. Doch Vorsicht, die höchste Punktzahl ist 21 und darf nicht überschritten werden. Wir spielen einfach mal eine Runde und setzen einen Chip. Hier kommt auch schon die erste Karte. Eine 6. Diese zählt, wie alle Nummernkarten, das, was sie an Zählern anzeigt, also 6 Punkte. Nun gibt sich der Dealer eine Karte. Einen Buben. Alle Bilder zählen 10 Punkte. Das heißt, der Dealer hat jetzt 10 Punkte. Jetzt bekommen wir unsere zweite Karte. Eine 2. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 8 Punkte. Nun werden wir vom Dealer gefragt, ob wir noch eine Karte möchten oder mit den 8 Punkten aufhören wollen. Hit oder Stand. Wir wählen Hit, da wir bisher noch nicht genügend Punkte gesammelt haben, um den Dealer zu schlagen. Und bekommen noch eine Karte. Ein Ass. Ein Ass zählt entweder 1 oder 11 Punkte, je nachdem, wie es für unserem Besten ist. Wir haben also nun entweder 9 oder 19 Punkte. 19 Punkte ist gar nicht schlecht. Und nur zwei Zähler von der 21 entfernt, ist die Wahrscheinlichkeit, mit 19 Punkten gegen den Dealer zu gewinnen, sehr hoch. Also wählen wir Stand. Das heißt, wir nehmen keine weitere Karte und warten ab, was der Dealer zieht. Nun zieht er eine 8 und hat damit 18 Punkte. Für den Dealer gelten besondere Regeln. Er muss auf jeden Fall eine neue Karte ziehen, bis er mindestens 16 Punkte erreicht hat. Hat er dagegen 17 oder mehr Punkte erreicht, muss er aufhören. Das ist hier der Fall. Er muss also aufhören und mit 18 Punkten hat er einen Punkt weniger als du. Du hast also gewonnen. Und dein Einsatz wird verdoppelt. Also. Ziel des Spieles ist es, bis zu 21 Punkte zu sammeln und damit gegen den Dealer zu gewinnen. Nummernkarten zählen ihren Wert, alle Bilder 10 und ein Ass entweder 1 oder 11 Punkte. Für mehr Tipps und Informationen rund um das Thema Spielcasino, besuche uns doch einfach auf Casinoverdiener.com